Oben auf dem Welfenschloss finden wir direkt neben dem Museum natürlich auch ein Café, welches die müden Wanderer herzlich einlädt. Ich habe es natürlich geschafft, genau an einem Dienstag, also an einem Ruhetag, hoch zum Schloss zu fahren, um diese Aufnahmen zu machen. Wenn man hier sich die Schilder anschaut, dann erfährt man da ein bisschen mehr und weiß dann halt genauestens Bescheid. Ich schaue auch mal, ob ich einen Link finde für das Café. Das würde ich dann halt unter dem Video posten, sodass sich Leute direkt informieren können, wann man zum Schlosscafé kommen kann. Man kann hier allerdings schon sehen, das ist also als Information, es handelt sich hierbei um ein historisches Gebäude. Und wir haben da das Problem, dass es Treppen gibt, einmal hier in den gastronomischen Bereich hinein und ich glaube auch zu den Toiletten. Und das ist dann halt auch schon mal ein Punkt, den man erwähnen sollte, weil das ist dann natürlich für Rollstuhlfahrer nicht so geeignet. Das bedeutet also gut zu wissen und dann muss man halt sich arrangieren mit der Situation. Zu Ihrer Information zeige ich dann halt auch hier gleich nochmal das Schild vom Schlosscafé mit den Öffnungszeiten Montag, Dienstag, 11 bis 17.30 Uhr, Freitag, Samstag, Sonntag, 11 bis 21 Uhr, Montags und Dienstag ist Ruhetag. Und die Telefonnummer, bei der man sich dann halt auch erkundigen kann, wenn man ein besonderes Arrangement möchte, das ist 05521, viermal die 9123. Und eine kleine Treppe mit niedrigen Stufen führt in den gastronomischen Bereich. Dort ist es also nicht ideal gestaltet für Rollstuhlfahrer. Ich halte die Treppe zwar für, also es ist möglich, sie zu überwinden, aber das ist halt bei historischen Gebäuden häufiger so, dass man da Treppen findet, die im Wege der Inklusion weniger geeignet sind. Wenn ich einen Link finde, poste ich den, wie bereits gesagt, unter das Video. Herzlichen Glückwunsch! Sie haben es geschafft, das Video bis zum Ende zu schauen. Vergessen Sie nicht, den Channel zu abonnieren und über einen netten Kommentar freue ich mich auch immer. Hier sind noch zwei Vorschläge, die jetzt unbedingt angeklickt werden wollen und ab und zu mal im Channel vorbeischauen.